Dies ist der Detektor zur Lokalisierung von Kurzschlüssen, Kabelbrüchen und Kriechströmen. Der Vorteil bei diesem Gerät ist die hohe Zeitversparnis, weil das Entfernen von Verkleidungen, Teppichen, Leisten und so weiter wirklich auf das Nötigste reduziert werden kann. Das Auffinden von Unterbrechungen im Kabelbaum wird so sehr sehr einfach und zwar verbinde ich zuerst den Sender mit meinem Kabel am besten über den Sicherungskasten und dann mit der Sonde folge ich selbst durch Verkleidungen durch dem Kabel und solange keine Unterbrechung vorliegt, habe ich ein Geräusch, sollte es zur Unterbrechung kommen, verschwindet das Geräusch. Geliefert wird der Ersatz in einer praktischen Aufbewahrungstasche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017